Einen Weg zum Erfolg nach dem Vorschrift. Genau, wir haben es gehört. Wir sind hier in der Mitte von der Mutten zur... Äh, wie heisst... Alpen? Alpen? Ja, nein, ich wollte... Wie heisst der Wald? Der grosse Wald? Urwald? Wow! So! Jetzt sind wir der Alpen runtergestürmt. Ah! Und jetzt? Jetzt sind wir am Arsch. Ich sag's ja, die Türen. Nein, klar. Moment, schnell. Wir müssen aufhören, nicht gleich runter. Ich weiss nicht, was dir die ganze Zeit erzählen. Es geht aufhören. Sagen wir, hier ist abwärts. Es geht aufhören. Wenn wir jetzt hier sind, dann laufen wir hier hin. Dann müssen wir hier runter. Nein, wir müssen aufhören. Der Pfosten ist hier oben und nicht unten. Nein, das ist ganz unten. Ganz unten. Laufen darfst du irgendwo durch. Ich laufe euch durch. Gib mal! Ja, durch würde ich jetzt... Also ich meine, der Weg ist doch da, aber das Null ist... Laufen wir halt mal dort durch. Was? Da ist ja genau, die Expertin ist am Weg, he? Doch, natürlich. Wir haben auch alle unsere iPhones, iPads und sonstige Sachen dabei. Und Sonnenbrillen und Haare und komische Getränke. Moment mal, mein Gott. Ich denke, wir müssen einfach irgendwie auf die Schloss fahren. Wir müssen auf die Hauptstraße und dann gehen. Ja. Das kleine Waagli da unten führt da unten. Dieser Waagli führt dann auch noch nicht oben. Wir wollen hier oben. Nein, eben nicht da durch. Sonst müssen wir nachher wieder oben und nicht laufen. Es ist schon zunder. Stehen eben. Eben ist es zunder. Also, ich kann mir Karten lesen. Und wir laufen weiter durch den Urwald. Wer sagt, Zivilisation! Oh ja, ich sollte mal wieder anhalten. Wir melden uns. Wir melden uns.